Hallo, liebe Deutschlernende! Brauchst du Hilfe bei der Prüfungsvorbereitung? Brauchst du Nachhilfe? Brauchst du persönlichen Deutschunterricht? Dann bin ich für dich da. Ich möchte dir Unterricht geben in einem virtuellen Klassenzimmer sozusagen. Das heißt, wenn du irgendetwas brauchst, wenn du jemanden brauchst, der dich direkt unterrichtet, dann bin ich für dich da. Alles, was du machen musst, ist nur folgendes. Besuche authenticgermanlearning.com schrägstrich Unterricht und schreibe dich ein. Und gerade wenn du andere Deutschlerner kennst, die dasselbe Bedürfnis haben, dann schreibt euch alle ein und dann kann ich euch alle gleichzeitig unterrichten in einem sozusagen virtuellen Klassenzimmer. Ich rufe euch an via Skype oder Ähnliches und dann gebe ich euch direkt Nachhilfe. Oder nicht nur Nachhilfe, sondern auch direkt Unterricht. Je nachdem. Also, falls du einen Kurs belegst oder falls du eine Prüfung ablegen möchtest, falls du eine Prüfung bestehen musst, dann werde ich euch Nachhilfe geben. Zusätzlich zu eurem Kurs werde ich euch zur Seite stehen, sodass ihr eine viel größere Erfolgschance habt und diese Prüfung auch bestehen könnt. Und wenn du keinen Kurs machst, wenn du zum Beispiel nur lernst, weil es dein Hobby ist, dann können wir auch eine andere Klasse machen mit Leuten, die auch Spaß lernen, die keinen anderen Kurs haben momentan. Und dann werden wir Schritt für Schritt gemeinsam die deutsche Sprache meistern. Oder ihr werdet die deutsche Sprache meistern und ich werde euch dabei helfen. Also, ich möchte euch gruppieren, sodass die Leute, die dasselbe Ziel haben und die Leute, die auf demselben Level sind, in eine Gruppe kommen. Und dann machen wir eine Zeit aus, die für alle passt. Und dann werden wir einen Unterricht machen. Und du hast noch mehr Möglichkeiten, effektiv Deutsch zu lernen, weil ich dir direkt zur Seite beistehen werde. Okay. Und falls das nichts für dich ist, wenn du einer der Leute bist, die gerne alles komplett alleine machen möchten, dann besuche join-german-club.com und dann kannst du auf eigene Faust alleine in der Akademie lernen beziehungsweise in der Akademie bist du auch nicht alleine, aber es ist dir überlassen, ob du in Kontakt trittst mit anderen Leuten in der Akademie, auf unserer Premium WhatsApp-Gruppe oder in der Gruppe in der Akademie. und wenn du beim Unterricht teilnimmst, dann bist du direkt mit denen verbunden in einem Live-Gespräch. Also wenn du diesen Live-Teil haben möchtest, dann besuche Schrägstrich Unterricht und wenn du der Akademie beitreten möchtest und Online-Kurse belegen möchtest, wenn dir das lieber ist, dann besuche Schrägstrich join oder join-german-club.com. Die Links sind natürlich alle auch in der Beschreibung und wir sehen uns beim Unterricht oder wie immer jeden Tag hier auf YouTube. Bis dann. Tschüss!